. 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 Es ist der erste Tag der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Bei mir ist Martin Bäumler, Gründer und Chef der Grünliberalen, der vor kurzem einen Herzinfarkt hatte. Das eine Thema war gestern Wahlen in der Ukraine. Dort hat er eine ganz besondere Beziehung. Auch darüber werden wir sprechen. Danke vielmals, dass du da bist. Wie geht's dir, Martin? Geht mir eigentlich gut, jetzt noch zumindest. Ja, aber du hast eben den Herzinfarkt gehabt. Du hast das Gefühl gehabt, du seist absolut im grünen Bereich. Und dann hast du plötzlich gemeint. Was ist genau passiert? Ja gut, eigentlich habe ich es ein wenig unterschätzt. Vor zwei Jahren habe ich ja eine Untersuchung gemacht. Und das ist eigentlich alles positiv. Ich habe mich in die Sicherheit gewirkt. Und das mal sind die Symptome für mich nicht eindeutig gewesen. Und am Schluss das Resultat. Und jetzt auch das Wissen der erblichen Vorbelastung von gewissen Faktoren. Und das insbesondere eben auch der Stressfaktor ist, den man nicht unterschätzen darf. Gut, also jetzt eins nach dem anderen. Du sagst, du wirst das von der erblichen Vorbelastung erst jetzt erfahren. Warum? Also ich habe einfach nach dem letzten Mal und dem Untersuch habe ich mich eigentlich beruhigend gefühlt, dass mit dem Herz alles gut ist. Und dass ich möglicherweise psychosomatisch also gewisse Risiken habe, aber das, was der Vater als Vorbelastung hatte, irgendwie noch Pektor ist, dass bei mir möglicherweise das nicht vorhanden ist. Kann das vielleicht einfach ein bisschen, wenn man die Sache auch verdrängt, bis man dann wirklich ganz konkret betroffen ist und sich dann mit dem viel näher auseinandersetzt? Aber du hast es eben gesagt, es ist ja zum zweiten Mal passiert. Also eigentlich hast du ja schon einen Warnschuss gehabt, oder? Ja, zum zweiten Mal. Eben, das erste Mal war ja alles eigentlich gut, oder? Und man hat gesagt, es ist alles in Butter, es ist gesundheitlich nichts. Und dann tut man sich wahrscheinlich zu stark in Sicherheit wiegen. Auch die Fragen von Gewicht, Bewegung. Man hört es immer, wir wissen das alle. Aber eben bis man dann wirklich handelt. Ich muss nicht sagen, die Nachhaltigkeit mit mir selber war nicht so, wie ich sie eigentlich politisch brenne. Genau. Also, das ist ja ganz schlimm. Also, du hast dir weniger Sorge als du der Umwelt würdest. Aber erzähl mal, wie es abgelaufen ist, ganz konkret. Ja gut, ich habe einfach irgendwann Druck gespürt am Montagabend, als ich auf Zürich gefahren bin, also als ich gelaufen bin. Beim Sitzen war alles weg, schmerzfrei, ich habe gearbeitet, ich hatte schon wieder vergessen. Und das ging eigentlich den ganzen Abend so. Und dann auch in der Nacht, als ich liege, war es bei gewissen Stellungen wieder gut, alles weg. Und ich dachte, ich habe jetzt wahrscheinlich mit dem Ameisen-Zeug, das ich da gegessen habe, ein Problem, irgendeine Allergie. Ich habe am Ende noch irgendwelche Insekten gegessen. Was habt ihr da? So ein bisschen Showtime im Parlament machen die alle. Die machen ja alle gar nicht die ganze Zeit. Die machen eine Menge Sachen für die Kolleginnen, macht man noch vieles. Krässlich. Jedenfalls am Morgen. Die Staatsassen gehen dort irgendwie und die ernsthaften Sachen kümmern. Gut. Aber am Morgen um 6 Uhr wurde die Schmerzen einfach so stark, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich nicht mehr nach Bern, jetzt gehe ich zum Hausarzt. Und so konnte ich dann... Du hast selber gehen können? Ja, ich bin eigentlich auch noch selber fast zum Krankenwagen gelaufen, weil ich eigentlich immer noch das Ganze, ich sage es ganz offen, ich habe das nicht so eingeschätzt. Und erst im Spital oben, wo ich dann wieder gedacht habe, jetzt werde ich alles untersuchen und am Schluss sagen, es ist alles gut, also es war auch meine Hoffnung. Die Schmerzen waren aber da und dann haben sie gesagt, es ist nicht gut, jetzt muss man etwas machen. Was heisst, es ist nicht gut? Was haben sie genau gesagt? Ja, ich muss ganz sagen, in dem Augenblick, wo man Schmerzen hat, war einfach für mich klar, etwas stimmt gar nicht mehr. Und es gibt einen Eingriff und er hat mir das erklärt, mit dem Stand, den er reinmachen wird. Und den hat man sofort rein gemacht? Gerade sofort dort? Ja, den hat man sofort rein gemacht. Aber hat man gesagt, Herzinfarkt? Ist das Wort gefallen? Das Wort ist dort nicht gefallen. Ich habe dem Nachhinein, als es darum ging, zu kommunizieren, der Arzt gefragt, ist jetzt ein Herzinfarkt sie oder nicht? Weil er dann so etwas umschrieben hat. Und er sagte, schauen Sie, wollen Sie es so wissen? Ja. Sie hatten einfach Glück im Unglück, weil es ging sehr langsam. Es ging langsam zu, der Verschluss. Und darum hatte ich eigentlich immer eine gute Durchblutung. Ich hatte einfach Schmerzen. Und das ist auch mein ganz grosses Glück, dass keine bleibenden Schäden bleiben sollte, eben ausser, dass ich gewisse Sachen etwas anders angehen muss. Okay. Also, die Reaktion von Martin Bäumer. Wir müssen dieser Sache doch noch etwas auf den Grund gehen. Kurz darauf ab, die Pressekonferenz. Es ist einfach so, dass ich meinem Körper noch nicht vertraue. Das heisst, wenn es irgendwo zwackt oder ein Druck ist, dann kommen sofort die Ängste. Das ist im Moment so, mit dem muss ich leben. Es ist aber auch eine Chance, eben gewisse Dinge tatsächlich zu überdenken und vielleicht in Zukunft das eine oder andere nicht mit 200 Prozent zu machen, sondern vielleicht eben mit 80 bis 100 Prozent. Was heisst 200 Prozent? Also, du weisst, dass du völlig über deine Fähigkeiten, über deine Kapazitäten herausgegangen bist. 200 Prozent. Vielleicht ist es auch 100 Prozent zu fehlen. Ich glaube, es sind ja viele, die in solchen Situationen sind, weit über dem, was eigentlich für ihren Körper oder für ihre Gesundheit gut ist. Und die meisten merken es zu spät oder merken zuerst, wenn sie so ein Ereignis haben. Ich habe ja eigentlich gewusst, dass ich immer wieder über Grenzen gegangen bin. Aber ich habe mich eigentlich fit genug gefühlt. Das ist eigentlich immer gut gegangen. Dann verdrängt man das immer wieder. Aber was sind denn die psychologischen Faktoren? Walter Sagletti, der ehemalige Kollege von der Grünen, hat gesagt, er gibt immer Gas, immer aufs Gaspedal. Bremsen kennt er nicht. Und Roger Nordmann von der SPD hat gesagt, Beratungsresistent. Ja, also mit dem Beratungsresistent stimmt mich ein Stück weit. Etwas, was ich mache, will ich perfekt machen. Ich engagiere mich voll. Ich will es auch vorleben, eine Vorbildfunktion. Und das führt dann halt dazu, dass man alles immer vielleicht zu stark auch noch 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 einmal überprüft, selber dabei ist. Und dort muss ich mich mehr zurücknehmen. Das ist völlig klar. Was heisst, du nimmst mehr zurück? Du hast gesagt, ich habe nach dem ersten Fall 2012, ich baue da gar nichts ab, oder? Es geht nicht um Abbau. Ja, mal. Es geht eigentlich darum. Du kannst einfach belasten. Du rennst ja um. Du bist jetzt... Jetzt musst du wieder da, oder? Ja, das letzte Jahr warst du neunmal in der Arena. Nimm mal. Jetzt, am letzten Freitag schon wieder. Du gehst an Events etc. Man hat das Gefühl, das hatte eine Kurzzeitwirkung. Und jetzt ist er schon wieder voll auf der Piste. Also ich glaube, eines ist wichtig, dass ich als Parteipräsident die Meinung bin, aus dem Aussenbild des Parteipräsidenten, das darf man nicht stark leiden. Das heisst eine gewisse Präsenz... Was für ein Aussenbild? Wie muss das sein? Das heisst eben Präsenz in den Medien. Jeder Hund verlochen? Nein, gar nicht. Da habe ich auch zurückgeschraubt und das wird auch weiter passieren. Also es hätte auch heute sein können, Roger. Du weisst das. Ich kann dir am Anfang nicht zusagen. Ich muss zuerst wieder eine gewisse Ruhe haben. Du bist ja 70er, du hast in deinen Terminkommen. Ja. Du bist aber immer erreichbar. Dein Handy ist nie abgestellt. Und ich frage jetzt eigentlich, welches sind die grossen Risikofaktoren? Man sagt Stress, man sagt schlecht essen, sparte Abendessen, Alkohol etc. Wie ist es bei dir? Also eben, man sagt Bluthochdruck. Den habe ich zum Glück nicht. Man sagt Höchstcholesterin. Da habe ich jetzt einerseits die Ernährung umgestellt, andererseits Medikamente genommen. Dann ist die Situation zu wenig Bewegung. Da bin ich dran aufgebaut, dass ich dort tatsächlich meine Medzeiten räume. Das heisst eben feister zu geben und die Ernährung umzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das hast du aber schon gut gemacht. Du hast schon nach dem ersten Fall die 10 Kilo abgenommen. Jetzt wieder. Und look what happened. Die 10 Kilo hast du wieder zugenommen. Nein, das ist leider eben nicht richtig. Ich habe nach dem ersten Mal nicht abgenommen. Das ist eben leider nicht. Aber zwischen dir bist du einmal runtergekommen? Ich bin einmal 2010. Das ist viel, viel früher einmal runtergekommen. Und habe dann das eigentlich wieder rübergekommen. Und das wird übrigens eine ganz schwierige Ausfälle sein. Das Gewicht abnehmen. Das habe ich schon mal geschafft. Das bin ich jetzt auch wieder auf einem guten Weg. Aber unten halten. Das wird die anspruchsvollere Aufgabe, das zu machen. Aber da bin ich heute überzeugter. Dass die Ausgangslage auch mit meinem Exxer-Ski ganz eine andere ist als das letzte Mal. Aber bist du nicht eine Art Borderline? Dein Motto ist ja no risk, no fun. Also du gehst ganz bewusst an die Grenzen. Und erst wenn es richtig wehtut, dann spürst du dir offenbar richtig. Ja, also ich bin eigentlich, no risk, no fun stimmt. Aber eigentlich bin ich einer, der kalkulierte Risiken eingeht. Und jetzt ist ein Unterschied. Ich kenne jetzt zusätzliche Risiken. Die von meinem Körper. Und das heisst, die muss ich in Zukunft ganz ernsthaft einplanen. Was übrigens auch jetzt passiert. Das hat verschiedene Termine gegeben, wo ich auch sehr kurzfristig abgesagt habe. Wo ich mich einfach zurückgenommen habe. Das müssen im Moment die Leute damit leben. Auch die Medien. Nicht immer 24 Stunden Präsenz. Ja, man hat das Gefühl, er ist wirklich. Du bist wieder voll dran. Aber ist das eigentlich eine politische Erkrankheit, die du hast? Aber weisst du, das ist das, was ich versuche. Ich versuche eigentlich, reich präsent zu wirken und trotzdem mich hin und zurück zu nehmen. Ich habe von vielen Kollegen auch in der Politik gehört, die ähnliche Probleme hatten, dass man das schon kann, wenn man es will. Und ich habe bis jetzt wenig auf das geachtet. Das ist keine einfache Aufgabe. Und ich sage auch nicht einfach, dass ich schon auf dem Ziel bin und dass es einfach immer klingt. Aber es ist immer so, dass man sich am Anfang alles vornimmt und so. Und nachher verschwindet das langsam in den Hintergrund. Und man denkt nicht mehr so. Du hast glaube ich den Nitroglycerinspray immer dabei, oder? Den habe ich meistens dabei, ja. Das heisst, wenn es passieren will, könntest du dir das wieder zuzuhören? Ja, weisst du, das Ziel ist ja, dass man nicht so weit kommt. Das ist ja wirklich so eine Notsituation, die einem hilft, quasi beruhigend zu sein, wenn über gewisse Signale kommen, die wahrscheinlich psychischer Natur sind. Eben. Also ich denke wirklich, das mit dem Langzeit hast du völlig recht. Man vergisst es wieder, wenn es einem besser geht. Und das ich immer im Bewusstsein halte, das wird die Aufgabe sein. Von mir selber, aber auch von meinem Umfeld. Aber es ist primär, es ist 90% ich selber, die muss bewusst sein, da erstärken. Es gibt Studien von Leuten, die Herzinfarkt hatten, fast die Hälfte von denen haben nach einer depressiven Phase. Hast du das auch erlebt? Ich hatte auch schwierige Phasen. Es ist ein ups and ups and downs, das du hast. Es geht dir wieder mal schlechter, dann geht es dir wieder gut. Also depressiv hast du das Gefühl? Ja, depressiv würde ich nicht sagen, aber du hast einfach diese Ängste, eine Unsicherheit, einen Druck, das gibt es immer wieder. Aber du hast ja Nahtoderfahrung gehabt, vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber trotzdem, du hast das Gefühl, jetzt könnte es passieren, das nächste Mal könnte es dann wirklich ernst sein, richtig ernst. Es war eben letztes Mal auch ernst. Ja, aber ich meine, es könnte das nächste Mal ... Wirklich? Wie du sagst, kein Bleibende ist. Schade, aha, alles ist alles gut gegangen. Nein, ich glaube, es ist so. Es hat Erfahrungen, die ich jetzt mache, die ich bisher in meinem Leben nicht gemacht habe. Eben solche Ängste, die ich früher gar nicht gekannt habe, weil ich die Risiken nicht gekannt habe. Ich schaue das aber jetzt wiederum als Chancen an. Also jedes Risiko und jedes negative Effekt ist auch eine Chance, daraus zu lehren. Weil ich sage jetzt mal, wenn man das Risiko hat, aber ohne es zu kennen, da läuft man irgendwann eben voll rein. In dem Sinne habe ich jetzt einen Schuss vor den Bug bekommen, etwa zwei Meter vor dem Bug. Und es hat die Welle gegeben. Und jetzt muss ich aber das ernst nehmen, weil der nächste Schuss wird ein Treffer. Vielleicht, oder? Und dann gibt es eben Leute, die dann Hypochondriker werden, die dann einfach immer gerade Angst haben, immer Angst haben, es passiert etwas. Es ist also fast überängst erklärt. Hast du auch die Tendenz jetzt? Ich glaube es nicht. Aber das ist ein Prozess. Das ist mit sich selber erschaffen. Wenn das kommt, auch mit den Leuten zu reden, wie ist es das einzuordnen, um sich selber irgendwann richtig einordnen, und dann, wenn es wirklich gefährlich wäre, darauf zu reagieren, und dann, wenn es wirklich noch nicht gefährlich ist, nicht eben zum Hypochondriker werden. Ich habe eigentlich nicht Angst vor dem Hypochondriker, aber ich nehme es ernst, die ganze Situation. Also, es kommt ja immer darauf an, was man für ein Typ ist. Der Politgeografen Michael Herrmann hat gesagt, du und Christoph Blocher sind ganz ähnliche Typen. Ihr haltet euch faktisch. Auch wenn ich es nicht so sagen, für unersetzlich. Sonst sage ich es, was niemand ist. Aber im Prinzip, du bist der Gründer dieser Partei. Christoph Blocher ist nicht ganz der Gründer, aber der, der sich aufgebaut hat. Und sie haben das Gefühl, ohne euch gehört es nicht. Weil es sind auch keine Nachfolger in sich, die das irgendwie absichern würden. Natürlich hat man ja so etwas gegründet, wie ich die Grünen überall gründe, sehr viel Herzblut drin und lässt sehr ungern gewisse Sachen los. Es hat am Anfang ein bisschen Bedenken, dass das nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, auch das Ereignis hat mir geholfen, zum Beispiel die ganze Grippenabstimmung komplett loszulassen. Und das den Leuten überlassen, die das eigentlich auch übernah haben. Und die haben das super und perfekt gemacht. Das heisst, es hat ihnen Vertrauen gegeben, sie können es ohne mich, und es hat mir Vertrauen gegeben, es braucht mich nicht. Also, ich glaube, der Prozess ist auch eine Chance jetzt, meine Situation, um eben den Prozess weiterzugehen. Aber eure Partei hat ja folgendes Problem. Wir sind so in einer Gratwanderung zwischen links und rechts, und du musst immer schauen, dass es nicht auf die einen oder andere Seite runtergeht. Und darum braucht es doch dich. Und was sagt Claude Lange zu deinen Rollen in dieser Partei? Es ist offensichtlich, dass Herr Bäumle ein wichtiger Treiber ist für die Identifikation mit der GLP, allerdings auch in einem gewissen Mass ein Risiko darstellt. In anderen Sprachen würde man sagen, ein Art Klumpenrisiko auch darstellen. Ein Klumpenrisiko bist du für deine Partei? Ja. Und das ist deine Lebensaufgabe. Das ist das, was du immer machen wolltest. Und darum hast du das Gefühl, ich muss es machen. Und eine Person ist eben dann doch noch wichtig. Man sagt immer, an jedem ist er setzbar. Man hat das gesagt, bei Apple beispielsweise Steve Jobs war nicht so leicht ersetzbar. Seitdem er nicht mehr da ist, hat Apple nicht mehr grosses Anabler. Also musst du noch da sein, damit es nicht irgendwie in die falsche Richtung geht. Jetzt einfach wirklich wieder Honig um den Mund schmiert. Man kann dich nicht als Steve Jobs spielen bezahlen. Nein, nein. Ich glaube wirklich, dass es eine gewisse Zeit jetzt so ist, in der Aufbaufase, in der die Grünen-Liberalen noch stark mit mir identifiziert werden. Das wird aber immer schwächer werden. Und mein Ziel ist tatsächlich... Nein, das finde ich nicht. Los, das muss... Das schaffst du eben nicht. Von Typ her kannst du das nicht schaffen. Doch. Ich glaube, was mir wichtig ist, an der strategische Stelle, wie wir uns positionieren, dort werde ich immer eine starke Rolle spielen können. Aber die muss immer zu vordersten sein. Die kann auch zwischendurch im zweiten Gleit sein. Ja, das was. Also, schauen wir doch an, deine Ziele, was du formuliert hast. Es ist vorgesehen, dass ich die Wahlkampfleitung mache. Ich habe ja auch bereits gewisse Entscheide voraus gefällt. Z.B., dass ich in Zürich nicht viele Regierungsratswahlen antreten werde, sondern mich voll auf die nationalen Wahlen als Parteipräsident konzentriere. Gut, also Regierungsratswahl, du bist ja zweimal abgeschriftet, dass du dort ein drittes Mal gehst, ist klar. Könntest du eventuell noch Ständerat werden? Ist das ein Thema? Im Moment kein Thema. Im Moment, wir haben ja eine Ständerätin, die höchstwahrscheinlich noch einmal antreten. Aber wenn sie nicht antreten, könntest du dort nicht in die Hose gehen. Dann schauen wir es dann wieder an. Eben. Es ist also alles noch möglich. Also so von irgendwie zurückgefuscht dabei überhaupt keine. Und der Wahlkampf 2015 wird existenziell sein für eure Partei. Das ist ganz sicher. Weil ihr es im Aufwind und wenn der Trend kehrt, dann ist es nicht gut, oder? Das ist ganz klar. 2015 wird ein wichtiges Jahr für die grünen Liberalen und da wollte ich meine Kraft investieren. Hat aber diesen Grund auch gehabt, warum ich schon früh, bevor klar war, wer allerfalls zurücktritt, gesagt hat, im Zürcher Wahlkampf kann ich und will ich keine Rolle spielen. Ich will mich auf die nationale Ebene konzentrieren. Gut. Und du konzentriertest dich auf die internationale Ebene konzentrieren. Hast du dich engagiert in der Ukraine? Seit wann eigentlich? Ja, angefangen hat das eigentlich schon in meiner späten Jugend. Mich interessierte den Ostern immer sehr stark interessiert. Also richtig? Und das erste Mal in der Ukraine war, 2006. Da habe ich eine Reise gemacht, eine private Reise, wo ich unter anderem Kiew kennenlernen wollte. Ich wollte mich in Tschernobyl umsehen. Und ich dachte, ich muss das mal vor Ort gesehen haben. Ich wusste zwar alles, was dort abgelaufen ist, aber ich fand, es ist wichtig, auch vor Ort zu sein. Und ich war dann auch schockt. Obwohl ich alles gewusst habe, war es noch schlimmer, als ich dachte. Genau. Und dann gab es noch persönliche Beziehungen, reiner Zufall. Du hast dich früher für die Ukraine interessiert und dann für eine Ukrainerin, Julia. Das ist deine Frau. in der Nähe von Zürich, in Dürbendorf, kennengelernt. Und dann ist es auch noch emotionaler geworden. Eigentlich nicht unbedingt. Aber es ist sicher, sie sind noch enger geworden, weil ich natürlich noch mehr Bekannte habe, denen, die natürlich auch im Nähe gehen, wo man noch mehr erfährt. Warst du jetzt auch in letzter Zeit? Ich war jetzt nicht derjenige. Das hatte unter anderem damit zu tun gehabt, dass ich jetzt nicht reisen oder nicht reisen wollte, zusätzliche Risiken eingehen. Wir werden im Sommer wieder nach Kiew gehen und dort werde ich mich sicher auch wieder darum kümmern, was ich kann. Aha. Was du auf was kannst? Ich meine, das ist einfach sehr bescheiden, was die Möglichkeiten sind. Wir haben ja eine parlamentarische Gruppe. Eben, wo du leitest? Die ich gekommen leite, die wir eigentlich seit Jahren, eigentlich seit 2010, Kontakte pflegen. Wo übrigens die Themen, die jetzt wieder aktuell sind, durchaus schon Themen gewesen sind. Gut, also gestern Wahlen erstaunlicherweise, obwohl es viele Kandidaten gibt, einen mit absoluter Mehrheit, Petro Poroschenko. Kennst du ihn persönlich? Kenn ich nicht persönlich. Findest du das eine gute Sache? Also es ist so ein Oligarch, ein Milliardär, einer, der überall schon mitgemischt hat. Ist das eine gute Entwicklung? Also ich glaube, meine zwei Hoffnungsträger hatten gestern Erfolg in den Wahlen. Herr Klitschko in Kiew und Herr Poroschenko als nationaler Präsident. Ich denke, er ist ein wichtiger und der richtige Mann jetzt. Er ist zwar ein Oligarch und ich glaube, in der Ukraine ist es anders als in der Schweiz, wo man auch ohne Oligarche politisieren kann. Wenn jemand das Charisma einbringt und bereit ist, sich jetzt auch zu engagieren in dieser ganz, ganz schwierigen Lage. Als Unternehmer müsste er sich jetzt nicht in das einlassen. Und er hat sich früh positioniert. und er ist schon länger und er ist schon länger und er ist schon länger und dann ist er auch mit Janukowitsch und dann darf er anders sein. Und wieder so. Man sagt ihm, er sei ein Chameleon und er hat sich auch hergegeben. So nach den grünliberalen. Genau. Er ist vielleicht ein grünliberaler. Auch alles gleichzeitig. Ich glaube, dass er von Anfang an hat eine gute politische Linie, denke ich, im Grundsatz. Einerseits möchte er die Ukraine stärker an den Westen anbinden, sieht aber durchaus, dass wichtige Beziehungen zum Osten zu Russland wichtig sind. Das ist eigentlich das Schlimmste schon passiert. Jetzt ist schon vorbei. Ich habe das Gefühl, dass Putin jetzt schon langsam zurückknapst und nicht mehr das eskalieren lässt. Letztlich wissen wir es nicht. Aber ich finde, es war ein ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, der deutliche Entscheid ist. Auch nicht, weil alle Herr Boroschenko jetzt perfekt finden. Sondern es hat eine Entscheidung gebraucht, dass wieder ein rechtwässigmässig gewählter Präsident handeln kann. Das Hauptproblem ist am Ende in der Ost-Ukraine die Separatisten, die sich auch sehr problematisch aufführen. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber er hat gesagt, er will mit den Leuten reden, er will in Ostern gehen, er will dort hin. Aber ob er kann landen? Das wissen wir nicht. Ich sehe vor einiger Zeit Maidan. Das sind Bilder, wo es wirklich auf Menschen geschossen hat. Wo du diese Bilder siehst. Was ist da bei dir abgelaufen? Also ich habe das über mehrere Monate verfolgt und man hat sehr viel Beunruhigung gehabt. Und wo eigentlich der ehemalige Präsident eine Art wie den Schiessbefehl freigegeben hat und indirekt das zugelassen hat, hat man eigentlich Bedenken bekommen, jetzt könnte er durchgegriffen werden. Es gab auch dort immer Auf- und Abschieb, Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, das war natürlich ein Schlüsselerlebnis, wo die Gewaltbereitschaft dann plötzlich so hoch war, dass der Präsident am Schluss gehen musste. Ich glaube, es ist auch richtig, dass er gehen musste. Aber was nachher gelaufen ist, ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Wir hatten keine demokratisch legitimierte Präsidiumssituation. Und das haben wir jetzt seit den 25 Stunden. Das ist ganz wichtig für das Land. Die Ukraine hat ja in letzter Zeit in die Schweiz Schlagseile gemacht. Nicht nur wegen dem, sondern auch wegen einer Ukrainerin. Eine Freundin deiner Frau, die hat ein Buch geschrieben, Irina Beller. Du bist an die Buchpremiere gegangen. Wie man sieht, wirst du begrüsst von irgendeinem Türsteher. Ah nein, es ist der ehemalige Bachelor. Und da habe ich mich gefragt, was geht da ab. Offenbar die Ukrainerinnen verkünden jetzt, wie sie die Welt sehen. Das Buch heisst Mr. Rich. Man soll sich möglichst einen reichen Mann angeln und dann ist es gut. Hat das deine Frau auch gemacht bei dir? Ich glaube es nicht. Dann müsste sie mich sofort schicken, weil ich erfülle dort wahrscheinlich gewisse Grundbedingungen. Aber du bist ein Promi. Immerhin ein Promi. Als Ersatzhandlung würde das noch durchgehen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen simpel gesagt. Ich glaube, entscheidend ist eigentlich, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, zu Spellers zu gehen. Das hat ja viele Leute interessiert. Wir wurden vor etwa zwei Jahren in Art on Ice von ihnen eingeladen. Und im Rahmen von dem haben wir sie persönlich kennengelernt. Ich habe vorher auch nur das Fernsehbild von ihnen gehabt, das manchmal ja ein bisschen problematisch ist mit gewissen Auftritten, wo man sich auch fragen kann. Ich möchte nie selber so auftreten oder meine Frau, dass sie so auftreten. Aber das ist ihre Entscheidung. Aber wir haben sie als Menschen kennengelernt. Ja, Moment. Als Menschen, wo sie sagt, das Einzige Wichtige für uns ist ein reicher Mann zu verraten. Oder was ist ihr das wunderbarste Zitat? Mein Mann und ich, wir lieben das Gleiche. Er liebt mich und ich liebe mich. Ich glaube, das habe ich nicht gelesen, ich auch noch nicht vollständig. Ich habe mal drin geschneudert. Du musst dir sagen, lies das Buch mal durch. Und es hat also wirklich noch ganz interessante Passagen, wo Mengen und Mengen sich etwas davon abschneiden, wenn man mal die ganz extremen, süffigen Sätze, die natürlich Arie zitieren, mal auslädt. Aber gleich, aber die Idee einfach, dass es nur ums Geld geht. Wie fühlt man sich denn als Mann wie eine Frau? Offenbar das Image, das ist das Image, das zum Teil Osteuropäerinnen in der Schweiz haben, auf diese Art und Weise so öffentlich machen. Ich glaube, das Image, das versuchen sie in den Vordergrund zu spielen. Ich finde das Image komplett falsch, so natürlich das darzustellen. Ja, aber die machen das. Das sehe ich persönlich an. Ja, das ist Ihre Entscheidung. Entschuldigung. Aber du bist dort dabei. Du, wo du zurückbuchstabieren sollst, hast du also offenbar auch noch Zeit, dort hinzugehen. Also offenbar ist das auch noch sympathisch, oder? Erstens gibt es Anlässe, wo meine Frau und ich gemeinsam gehen. Wo, wenn sie gerne geht, weil sie auch die Leute kennengelernt hat, dann geschätzt wurde. Ich sage, da gehen wir zusammen, dass wir mehr gemeinsam in Zeit haben. Und das ist in dem eine klare Prioritätensetzung. Und das andere ist, dass ich persönlich tatsächlich mit Walter Beller, ich schätze ihn sehr, er ist im Fall als Unternehmer sehr gut unterwegs. Er ist sehr angesehen. Wann bist du als Ehemann unterwegs, wenn es deine Frau sagt? So gut, so gut, so gut, kann ich sie nicht, dann musst du das Einfragen. Aber die Frau schreibt, es geht ja nur um Nicole, und alles andere ist sekundär. Ist das auch gut für das Image oder auch für das Selbstwertgefühl von einem Mann? Zumindest, was sie erreicht hat mit ihrer Kommunikation ist Landesbekanntheit. Genau. Und alle Medien reden über sie. Genau. Und wenn sie das Ziel hatte, das Ziel hat sie offenbar gehabt, das hat sie erreicht. Und das war übrigens auch meine Aussage, was man sich ein Stück absteht als Politiker. Man will ohne Geld in die Medien kommen und landesweit quasi Bekanntheit, dann kann man natürlich schon noch etwas lernen. Das können in der Vizepolitik ja eigentlich nur wenige, oder? Genau, einer von denen bist du. Jetzt machen wir am Schluss noch ein kleines Quiz. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet für dich, die du, wenn es geht, ich weiss, das ist schwierig bei deiner Eloquenz, mit Ja oder Nein würdest beantworten. Okay? Also, erste Frage. Soll die zuerst die Busse von den Steuern abziehen können? Nein. Nein, klarer Fall. Klarer Fall. Soll das VBS die nicht benötigten Grippenmillionen behalten können? Ja, fast klar nein. Soll die Abstimmungsunterlagen gewesen? Immer so gekämpft worden. Soll Uri Maurer zurücktreten? Wieso? Weil er eine Abstimmung verloren hat? Das hat schon viele Bundesraten. Nein. Die Waldwoche hat es gerade gefordert, das SVP-Blatt. Gut, okay. Nächste Frage. Soll das Rentenalter erhöht werden? Wir sind für eine Flexibilisierung des Rentenalters, dass z.B. Leute, die vielleicht länger nicht gearbeitet haben, studiert haben, länger arbeiten und die von dem Bau arbeiten früher gehen könnten. Kommt der Atomausstieg zu spät? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe immer noch, dass wir 20, 25, 20, 40 spätestens draussen sind. Aber hast du das Gefühl, dass es klappt, dass man da diese Zeitlinien einhalten kann? Absolut. Wobei eben, ökologische Steuereform, unser Konzept, muss dann schon noch diskutiert werden. Wird Martin Bäumler irgendwann Bundesrat? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nein. Wieso nicht jetzt? Weil früher hast du immer gedacht, dass du es wirst. Ja, ich sage, es hat mir auch einen internen Wandel gegeben, dass ich nicht mehr sicher bin, ob das so ein Streben sei. Weil das Privatleben auch einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Ist der Stress dort noch höher? Ich glaube es. Und seit ich geheiratet bin, habe ich da ein bisschen andere Haltungen. Ich bin nicht mehr für mich allein verantwortlich. Du brauchst nicht als Bundeshaus, du brauchst mehr Frauen. Also wenn ich wählen kann, dann habe ich lieber eine Frau als Bundeshaus. Okay, gut. Also nächste Frage. Hält sich Martin Bäumler mittelfristig an seinen eigenen Vorsätzen in Sachen Gesundheit? Ich bin überzeugt, dass ich das schaffen kann. Meinst du? Ja. Aber es wird anspruchsvoll. Wird die Schweiz die Achtelsfinale in Brasilien erreichen? Das würde ich mir wünschen. Nein, nein. Aber glaubst du es? Wünschen tun wir uns alle. Rede jetzt nicht für einen Politiker. Kannst du jetzt für einen Fan reden? Also ich sage ja. Sie können das. Ist der Pult von Martin Bäumler in dieser Sendung irgendwann gefährlich angesteigen? Ich hoffe es nicht. Du hast ja immer den Pulsmesser dabei. Wie hoch ist er jetzt? Jetzt ist er 85. Also vor der Sendung war ja höher. Ich habe gesehen 110. Ja, da bin ich auch gelaufen. Jetzt bin ich gesessen. Ja, da konnte ich dich beruhigen und so. Aber du wolltest ja auch jetzt auch Sport treiben. Wie hoch darf denn der Puls bei dir gehen? Dort ist die Limite im Moment 130, die obere und die Durchschnittsfrequenz 120. Aber was machst du denn für Sport? Ja, ich bin ja nicht der Kampfsportler. Was bist du? Velofahren mache ich jetzt mehr. Also mit dem Flyer wirklich da kreuzere Strecken fahren. Und was vor allem wichtig ist zu gehen. Mein grosser Onkel hat immer so eine Stunde spazieren pro Tag. Ja? Und ein Glas Rotwein. Und kein Stress. Okay. Und die ersten zwei Punkte kann ich eigentlich noch erfüllen. Aber der dritte wird der schwierigste sein. Und ein Glas Rotwein ist gut, zwei Glas Rotwein ist besser. Oder was? Drei Glas noch besser? Nein, nein, ein bis zwei Glas hat der Herzspezialist mir absolut zugestanden. Gut, aber du machst ja noch andere Arten für Sport. Oder hast du gemacht? Ja, klar. FC-Nationalrat-Verteidiger. Alle sind locker. Nur eine starre Kamera. Er weiss immer, wo die Kamera ist. Martin Bäumann. Trittst du wieder an? Das weiss ich nicht. Im Moment sicher noch nicht. Weil das ist im Moment vom Puls her ein Thema, das noch nicht drin ist. Nicht? Nein. Das ist etwas, ich werde mit der Ärzte besprechen. Und ob überhaupt, die kann noch nicht endgültig entscheiden. Aber eigentlich möchte ich wieder, wenn es nicht gesundheitliche Risiken zu gross sind. Und das ist im Moment noch ein bisschen schwierig abzuschätzen. Die einen der Ärzte sagen, nein, auf alle Fälle wieder machen. Weil wenn es einem Freude macht, den Sport, dann sollen wir unbedingt machen. Aber jetzt ist einfach noch zu früh. Und deine nächsten Ziele als Politiker sind? Die nächsten. Ja, selbstverständlich. 2015 möchte ich mir noch einmal deutlich zulegen. Deutlich zulegen? Was ist deutlich zulegen? Ja, wir müssen die Prozentzahlen deutlich zulegen, damit wir unsere Sitze, die wir jetzt haben, mindestens halten können bis ausbauen. Mindestens halten bis ausbauen. Aber habt ihr dann irgendwie eine Position, die wirklich komfortabel ist, wenn ihr so bleibt? Ihr hängt ja irgendwie als Kleinpartei mit anderen in der Mitte. Ist doch eigentlich nicht so interessant. Ich glaube es nicht. Wir haben gute Leute, wir sind gut aufgestellt, wir haben gute Leute, wir haben auch gute Inhalte verkauft. Wir haben gute Leute. Das stimmt doch nicht. Man hört noch immer dich, ich habe da irgendein Vizier aus der Westschweiz, der hat mir einmal den Namen gehört und wurde dann immer versteckt. Ja, wenn du den Evra Rusch schaust, schau mal den Evra Rusch. Ja gut. Oder lad ihn ihn mal rein. Nein, du kannst ja jederzeit auch Leute von mir reinladen, um dich zu testen. Aber ich weiss, dann würdest du natürlich noch zuerst im Studio sein. Dann müssten wir das nächste Mal definitiv den Job wechseln. Das hast du mir letztes Mal versprochen. Ehrlich? Wenn ich dreimal bei dir gewesen bin, wechseln wir den Job. Okay. Du übernimmst die Partei und ich übernehme deine Sendung. Du bist aber zum dritten Mal. Eben darum. Danke vielmals. So weit Martin Bäumler. Interessant. Ich hoffe, dass es gut geht. Hebt das Ohr, wirklich. Ich habe Mühe. Ich hoffe, dass das Temperament nicht durchgeht. No risk, no fun. Also ich hoffe, dass du Risks kontrollieren und trotzdem fallen kannst. Das hoffe ich doch auch. Okay, morgen Abend im Club die verbotenen Kinder der Saisonnier. Das ist sicher eine interessante Diskussion. Diese Sendung gibt es wieder in einer Woche. Dann auch ein illustrer Gast. Und zwar der Sami Saviris. Der König, der künftige König von Andermatt. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Jetzt gute Nacht und ganz gute Woche. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.